Genau, wir gehen in die neue Season. Äh, wo gehen wir? Hast du da? Ja, ich hab doch mal markiert. Ja, wir haben das Level 107, ey. Naja, das geht aber schnell. Auch vor allem, wenn du in Duchen spielst oder im Tino oder so. Ja, das geht dann auch schneller. Solo auch teilweise, also finde ich. Ja, das stimmt. Ich bin nachdem, wie weit du kommst und die Aufgaben du erledigen kannst. Ja. Ja. Du weißt, wieso so, wenn du mal vier Leute machst und sowas, das macht ja schon einiges. Und ja, dann die Nebensachen halt noch, ne? Ja, natürlich. Oh. Entschuldigung. Okay, hinter mir, über mir liegt nicht keiner. Es kommen welche mit. Ja, was da. Ja, ich bin. Ein Haus daneben. Ich habe ihn gefinisht, der ist weg. Ich habe ihn, das war sein Med, der hat die Karte abgeholt. Wo sind denn die Waffen, Alter, ich habe ja nichts, Alter. Ich habe auch, also ich habe jetzt erst eine Hand voll krass. Was sagt er das? das ist aber nicht gut wollte hier warte aus oder hier das hatte ich jetzt nur das brauche ich zum beispiel ja auch eigentlich aber noch grünes sturmgewehr ja ich habe und diese dieses wasser was ich hier habe oder diese kleinen pools bei der bei den häuschen ja das summt also das hier zumindest da drin wenn du da drin bist regeneriert du nur deine grünes leben also wenn du schaden hast kannst du da reingehen und dann regeneriert so langsam leben wieder ja dass ich kann das spiel erkenner spiel ich kann das kommen wie heißt das spiel nochmal und hier ist jetzt so eine anzeigetafel da kannst du auch solche quest jetzt annehmen oder hier ist das ist kopfgeldtafel oder erkundung weil ihre feindlichen spieler dann kann seine gegner ungefähr angezeigt wo die nächsten ungefähr sind hier ist auch noch ein med nebel willst du die mp haben hier habe ich aber die hat noch 6 schuss war ja auch dabei sind trotzdem ich spiel die eigentlich überhaupt nicht aber zur not jetzt gerade weil ich noch nicht viel habe dass ich das erstmal hier ist ein lama gespawnt das gute ist das gibt uns jetzt munition wo ist denn das ding gespawnt sag mal da war doch hier irgendwo oder nicht ist das blöd auf jeden Fall noch das gegner ja hier muss irgendwo der lama sein wie laut ist denn das das ding als spawnt heftig ja schon die wird laut gewesen da auf der straße kommen wir da holen wir uns erstmal munition schnelles strohblinden machst du die perks eigentlich rein machst du die perks eigentlich rein ach du weißt gar nicht was ist was oh diga verliert er das jetzt einfach random ja die ganze zeit bis er weg geht äh das steht doch rechts äh aktivieren oder so ich brauche mal schrumpfen ja doch stimmt ne ich mach das gar nicht leichte fingerwaffen die leichte patronen verwenden lassen die sich schneller nachladen ok wir haben Schiff abgekriegt ja ah doch ja von da hinten auf dem China-Technik der ist eliminiert auf der linke bei dem Baum ja guck mal näher ran ne ja mach mal ruhig ja ich spiel grad ne blaue MP dann kann ich die wechseln ich spiel grad ne blaue MP dann kann ich die wechseln ich weiß noch nicht genau ob die genug munition hat ne war sonst was ich nicht machen die liegt auf immer noch weißt du bleib'n P-Munition ich bleib'n die denn oh die Zone kommt du bist beider ja nur 32 Schuss das ist normal ja ist egal es sei denn du machst deine perk für mehr munition quasi hier sind auch Kisten kannst du kaputt machen die Slurpdinger wo ich die wollte ja wirklich ich hab mir jetzt voraus gebracht ey dann macht halt nicht was du willst auch noch was wo bist du na von dem China scheiße siehste das hast du dabei links wär ja auch noch ne Kiste da also toll du kannst auch noch mal reinhauen rein für Windisch ja schon da ist cool Bluthund mag ich echt gerne ne wenn ihr direkt markiert wenn man die trifft dann sieht man die das ganze kann das dann ja sehen ok das war genau ja nämlich mal das was für mich für Vorteil ist für die Waffen die ich spiele quasi auf Strohplinte ist und manchmal wenn ich da nichts von gebrauchen kann einfach Viereck drücken dann kannst du rerollen dann zeig dir was Neues für 100 Gold aber einmal hast du immer gratis oh oh nicht von links geschossen alles gar da waren irgendwo Gegner also quasi in die Richtung ja ich hab's schon gesehen auf dem Baum okay ja es ist mach klar dass wir wieder sind ne ich habe eine Pflanze geschmissen hä das warst du wow was machst du hier ich bekomme hier fehlen alter hier war auch noch einer wow ja hier sind ganz viele ja ich bin boah scheiße das war zu viel das sind 2 auf geht von diesem 2 drinnen ist 2 Okay. ach scheiße konnte nicht anders musste da kurz weg war sonst wäre ich da gestorben ich mach mich erst voll ich hole dich so wieder ich habe noch einen wagen den kann ich noch nutzen das schafft man auch du kannst du die daraus wiederholen da ist ja heilung das schaffst du so schnell macht aber wie wenig ich leben das leben verliert das geht noch wo du ich alles raus was du brauchst und dann ja das einzige was ich brauche ganz der med spray auch mit rausnehmen dann hast du heilung ich habe noch mittlere munition für dich 32 schuss hier habe ich erst mal gleich offline hatte ich kann überhaupt mehr richtig aggressiv gerade dann konnte ich nur sehen bei den leuchten aber wirst du voll hat doch geklappt hier ist noch munition weiter zone kommt wo wessen alter nein steckt die scheiß ich ja bei den scheiß ich ihn haben wir der ganze kack runde verloren oder sind auch mit schlüssel vielleicht willst du noch was kaufen was schlüssel eingesammelt hat äh habe ich nicht ja habe ich verloren glaube ich ja 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 es geht ab os aus flex hier geht ab ich glaube das gibt es nicht soll nicht so sein heute ist ein lotter was ist das für eine wachse gewesen eigentlich explosions gewehr war das irgendwie ja aber ich weiß nicht doch wiederholen aber noch ein wagen ja da hinten war ja fast schon ich versuche das jetzt kann doch schnell rennen ja alles gut so wie es passt aber dass der einzige geschossen in dem gebäude links ja das wird bekommen aber schaden aber direkt hier unten sind es nur noch gut hier kannst du waffen holen vielleicht ja das ist gerade noch so safe vielleicht ja ja munition kann ich dir was abgeben ob wir hier was munition hier rechts sind kleine schilder ob die hier unten die sachen auf jeden fall eine gute waffe dabei will ich munition kann ich noch mehr genau ich habe noch ein 50er ja ein standard alles gut ok zone geht dann nach links sind auch im rennen wie man sieht wir sind noch einen hin falls du dich unter vielleicht und zwischendurch noch heilen kannst oder wo sind noch sechs teams also am besten erst mal aus dem kämpf aus kämpfen raushalt ja eigentlich wohl ich gucke hier was haben wir hier noch was ist da drin auch hier landet eine über uns ich habe einen noch hier sind ganz viele hinter mir auch noch ja hier unten auch ich habe noch ein der ist auch tot ist der eine gestorben hat er noch was bei gehabt naja ich muss mir ein fuffi gönnen sehr schön sehr schön sehr schön das habe ich ja wollte da wieder beleben ja ich glaube wohl ja maschinen fission spezialist ok jetzt habe ich auch hier ist noch deswegen ich bin nämlich darunter gegangen ich habe geguckt er war weg und dann hat er sich versteckt ja genau und wir sehen mich wieder nach oben das war super das war ein starkes team glaube ich auch ja ja aber die waffen die waffen ist gut ich habe mir da kann ich nur umgehen er musste noch ein 50er reinhauen ich habe 25 verloren jetzt was meinst du am besten holen ja das mache ich gleich ja oder wir finden eine pflanze kann auch eine pflanze ja egal ich habe schon genommen okay ich habe jetzt ja gegner wir lassen wir versuchen jetzt die anderen kämpfen zu lassen da unten ist noch eine pflanze die macht uns auch noch voll mit leben weil unser leben nicht voll ist auch rechts von uns gegnern rechts ist noch eine pflanze das ist eigentlich rechts hoch da sind welche hier über uns ja wir bleiben hier unten an dem an dem rechten stein oder seil ding sondern hier sind wir dazu der busch weil sie sind über uns die anderen können uns mit rot punkt sehen also ich muss auch oder nicht weil ich glaube im busch nicht ja und die waren jetzt hier oben auf dem felsen was hier genau über uns sind welche ein zweier team das andere zweite weiß ich nicht wenn wir jetzt aber kämpfen greifen die anderen uns direkt danach an oder wenn die aber erst schießen steigt unsere chance noch mal die zone dann ja ja das ist über uns beide team können wir hoch ja hier auf hier ist noch einer habt ihr den ersten, einer noch jawoll, sieg ja nice schön gemacht, siehste perfekt yo, digga, das war so geil, man zum schluss noch ein sieg scheiße, ey, wilde, wilde sauber perfekt oh, wir haben schon eine Runde ist so ja, okay, wie spät ist das denn jetzt ja, das waren zwei, ne